Hallihallo und willkommen bei X4 Guides. Wir starten heute eine neue Videoreihe, nämlich X4 Guides 5 Minuten. Wir werden kurz und knackige Anfängervideos erstellen mit einzelnen Themen, die ihr dann über unsere Homepage direkt ansteuern könnt, um einfach kurze Fragen zu beantworten. Wie heuer ich eigentlich einen Piloten an? Was macht die Map? Wie funktioniert das Menü? Und viel, viel mehr. Schreibt uns einfach in die Kommentare, für welche Themen ihr auch Videos haben wollt. Wir werden das mit aufnehmen. Das werden immer knackige kurze Videos sein, so von drei bis circa fünf Minuten, vielleicht mal ein, zwei Minuten mehr. Wie gesagt, hinterlasst eure Wünsche in den Kommentaren und wir werden uns bemühen, das Ganze möglichst rasch umzusetzen. In diesem Sinne, allseits guten Flug, liebe Captains, macht's gut, Papa. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017